Vor langer Zeit habe ich eine Sünde begangen. Ich war schwach. Du warst besessen. Das warst nicht du. Aber es ist passiert. Willkommen, Vater Peter. Ich bekomme nicht jeden Tag Besuch eines Heiligen. Ich bin kein Heiliger. Sie arbeiten jetzt seit über 18 Jahren für uns. Die Menschen hier lieben sie. Hey, Manuel, du trinkst Weihwasser. Vater Michael, da bist du ja. Wenn ich es bis zur Hölle schaffe, schaffe ich es auch nach Mexiko. Wir hatten einen Vorfall mit einer Gefangenen. Sie braucht einen Priester. Er will dich. Walban versucht dich zu besitzen. Es fühlt sich an wie eine Strafe Gottes. Zu Ostern gibt es wieder ein Wunder. Welches? Die Wiederauferstehung. Ich habe schwer geschwindigt. Röte sie. Es ist mein Schott. Es ist Zeit zu spielen, Kinder. Gott und der Teufel können nicht zusammen in ein und demselben Körper sein. Röte sie. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie auf Erden, so auch in der Erde. Wie soll ich es denn machen? Indem du nicht glaubst, dass Gott mit dir ist. Glaub einfach, dass du Gott selbst bist. Glaub einfach, dass du Gott selbst bist. Glaub einfach, dass du Gott тем nicht langsam cartaier. Du hast mir deine trasante, als Matsush kochen. oem. Die Bewerber.